Es geht nachher weiter Richtung Alpen, super schöner Tag, ich freue mich richtig. Seit Samstag bin ich jetzt hier in der Umgebung und wird mal Zeit, dass ich wieder weiterfahre, was Neues sehe und wieder auf die Strecke komme. Aber nach der Woche war das mal ganz entspannt, nicht unbedingt zu fahren und nicht auf die Reichweite zu achten. Einfach mal ein bisschen Spaß zu haben. Hatten wir gestern auch mit einem Twizy, oder? Ja, ja. War witzig. Jetzt tut mein Arm weh. Auf geht's, auf geht's weiter Richtung Alpen. Ich freue mich richtig, jetzt wird es spannend. Von München fuhr ich dann Richtung Kochelsee. Der Zwischenladestopp in Königsdorf am Posthotel fiel sehr nett und unkompliziert aus. Angekommen am Kochelsee schlug ich mein Zelt direkt am Strand auf und verbrachte den Abend am Lagerfeuer mit weiteren Campern.